ok wir was machen wir jetzt was soll ich bauen ich denke wir werden jetzt nämlich hier was soll ich das am sonntag machen ich brauche nämlich einen stall ich habe schafe kühe beziehungsweise eine kuh ne fünf ne vier hühner ja lasst mal wieder mycroft zerk machen machen diese ich finde teilnehmer das beginnt war da hast du gerade gesagt ja ich hätte mal wieder so bock auf zerk war aber nicht alles tanzen nach deiner pfeife wo ist so ein typ der lässt sich leicht manipulieren was ich sage es geht auch kacken das stimmt nicht ja aber irgendwie bei floh und mir ist es echt so wir haben irgendwie zur gleichen zeit meistens immer ob auf dasselbe projekt ja und auch auf die aktivitäten weil wenn er das sagt dann mache ich genau das gegenteil wenn er sagt er geht wissen dann gehe ich trinken echt jetzt nee das wäre jetzt krass gewesen aber wie gesagt ich persönlich hätte sogar mega lust bei wieder auf wie heißt das aber ist auch schon dafür dass irgendwie aktive leute dabei sind ja leute vielleicht irgendwann im januar ja könnt ihr noch vielleicht sogar wenn ihr glück habt dezember eventuell möglich aber ich weiß nicht ich habe einfach 20 euro heute gefunden am wagen aber ich denke ja nicht dezember das war direkt vor diesem automaten wo man die karten kaufen kann das auch noch um an ich gucke so nach unten was ist da blaues ich so bück ich sehe nur zwei und ich lache einfach nur ich so weil ich habe geld gefunden hier acht noch kinder dann der eine so ja geh doch zur polizei und gebt das zurück ich so leute 20 euro ich so ihr müsst das anders zu sehen selbst bei 500 euro hätte ich das eingesteckt wisst ihr warum einfach aus dem grund weil es schicksal ist was wollte dass ich da hinkomme genau zu diesem platz und das geld finde und vor allem nicht das sollst du dann auch bei der polizei sagen da ich habe 20 euro gefördert muss machen die damit der weg kein name drauf bei portemonnaie hätte ich zurückgegeben habe ich ja abgezogen finde ich das hätte ich wieder nicht gemacht aber es kommt darauf an wie viel da drin ist ja stimmt eigentlich wenn ein paar tausend drin sind weil die tausend euro sind auf einmal weg ich weiß nix ach so warte wir nehmen auf natürlich spenden wir das weil er leute wie spendet spendet in den wbf und so weil er leute wie nix ich wollte irgendwas ja genau wegen zeig ich denke dezember eher nicht weil ich dieses also vor weihnachten in diesen zehn tagen glaube ich sowieso nicht und ich habe dann wieder youtube pause ach so stimmt du musst dir wieder so eine youtube pause ich mache das jedes jahr habe ich bis jetzt immer gemacht er ist aber auch schlauer meiner meinung bin ich auch die feiertage halt so dass am 24 das letzte video kommt und dann erst wieder so gegen 28 oder 29 irgendwie so was ja floh wir müssen mal wieder ein jahresmitglied aufnehmen dann wala du hast selbst bock drauf du arschloch hab ich schon in planung wala machen wir das dann wieder zusammen wala mal schauen diese weil letztes jahr wie einige eventuell wissen könnt ihr auch gerne bei mir vorbeischauen natürlich das ist wahrscheinlich gar nicht online doch das ist bei mir online direkt am ersten silvester kam das am ersten silvester war ne ich glaube das kam am silvester ich bin mir jetzt nicht sicher entweder am 1. oder silvester bei mir kam es am silvester ich guck dann gleich mal nach jedenfalls ähm wir hatten das halt damals zusammen aufgenommen war auch relativ cool wenn ich ehrlich bin das hat doch dass ich weiß jetzt nicht wie es ne wir haben das ja parallel aufgenommen oder der einmal für mich und dann auch dich also immer pro kanal äh bei mir da hatte ich ja diesen komischen strike ich weiß gar nicht mehr weswegen achja wegen meiner facecam weißt du noch ja obwohl da nichts war das war nur eine facecam die sich nicht runterladen sollte ja wegen dings ich glaube das war wegen unserem ersten video als wir da das video gemacht haben wo wir uns das anschauen weil das stimmt Leute wie schwachsinnig ist youtube das war die haben das einfach gestrikt das war nicht mal öffentlich das war auf nicht gelistet oder wenn es nicht sogar privat war oder wenn es nicht sogar privat war ja ich hätte es verstanden wenn der wenn das öffentlich wäre dass die Fluss äh fresse striken wollten hätte ich das sogar eventuell irgendwie verstanden oder sowas aber das ist sowas unnötiges hätte sogar ich verstanden also bei Dominik hätte ich sogar verstanden dass er kein Eingelöschten wäre also bei Dominik hätte ich sogar verstanden dass er kein Eingelöschten wäre scheiße es gibt noch videos von dem wala ich guck mir die jetzt an ähm und blogger warte was wollte ich jetzt sagen der bringt mich völlig aus dem Konzept äh was wollte ich sagen Nick hä ich gebe Gamer News ein da kommt endlich wieder Gamer News Dominik wieder da ich sehe seine hässige Fresse bin wieder so abgefuckt und da drunter kommt das Video gefallen euch solche geschnittenen Videos besser hä hä von mir warte mal wann kam das raus vor dem Jahr hä ich glaube da war ich auch dabei und Dominik hä tschüss was hast du für ein Bastard ach so da hattest du glaube ich Voice mit dir drin oh da ist doch ich habe doch nicht schon mehr gehört klick weg ich glaube ich muss die alle löschen okay Moment jedenfalls ich wollte mir die Gamer News angucken ich wollte irgendwas sagen Nick ich weiß es aber nicht mehr das war aber gar nicht unwichtig hm naja auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Terraformen gemacht das hat okay ich bin noch nicht fertig scheiße okay Flo guck jetzt mal bitte auf dein Handy machst du gerade irgendwie Facecam gerade so am Laufen so am Start ne nicht habe ich im LP nicht okay warte mal dann blend das Bild bitte ein ja mal schauen aber ich denke eher weniger dass du das machen wirst so wie du Lars denke ich es auch nicht ich habe es noch nicht gesehen warte mal ist es ein Stammbild jetzt oder wie anscheinend schon warte mal ist es von mir oder vom Monster du Bastard guck auf dein Handy es geschickt bitte den allen Tipp ist es von mir oder vom Monster Walla guckst du einfach oder von uns beiden Wolf Alter bist du das hast du sogar noch eingeblendet ja sorry es gibt kein besseres Bild von dem ich habe dem sogar ein bisschen den Zahn retuschiert ne ich blende es nicht an stimmt ich wollte gerade sagen Walla wie sie sehen seine Szene so weiß aus ach ja ich habe alle retuschiert stimmt war die so gelb oder was ja und bei dem einen man sieht aber so hart wie angeschwollt seine seine Zahne also seine des Küchens ist Zahnfleisch? ja ja aber dieser eine Zahn der hat ich weiß nicht ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen der hatte irgend ich weiß nicht mehr war das der irgendein entweder was braun oder schwarz irgend so einen Fleck hatte der auf dem Zahn ok es wollte jetzt wahrscheinlich keiner wissen Entschuldigung Walla ich bin weg na 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 schau dir das mal im Video an oder was grau irgendwie er hatte auf jeden Fall irgendein extrem hässliches sieht man das im Video äh keine Ahnung der hat immer den Mund offen von dem her weil ich glaube der kann den gar nicht schließen der war echt so er flog bei allem Respekt ja das wirkt so hart als wenn du einfach keine Freunde hast als wenn wo du neben dem stehst Scham findest du? jetzt jetzt nix gegen dich aber das sieht echt so hart ernsthaft? das sieht so hart so hart wir gucken uns das danach mal an oh ne bitte nicht und danach habe ich sogar eine neue Projektidee mit dir dafür brauchen wir noch ein andere also noch eine andere Person am besten Ronny wäre da halt irgendwie schon so ein kleiner Optimalfall Optimalfall? ja aber Ronny ja wenn er dabei aber der macht ja keine Videos ja der macht ja generell nix mehr mit uns ein Dreißiger geht er zu seiner Fotze ich glaub es nicht Entschuldigung Ronny falls da er bitte zensier das Wort danke Pff ne ist ja wahr die harte eine weil er Ronny wenn die Beniss haben schneiden ab weil er geregelt weil er nimmst du Bohrmaschine und machst du Loch Pff was ist denn was ist das so wichtig ich vorstelle oh ja mein Gott ich kann nicht schreien der ist so fies nicht fies ich bin nur ne sachlich genau ah fuck der arme Ronny der kann gar nichts dafür ähm doch schon hast recht ey ohne Witz ich suche hier grad die ganze Zeit so irgendwelche YouTuber und was jeder hat aufgehört was ist denn mit den Huren Söhnen die